Servus Leute, Willkommen bei einem weiteren Video auf dem Kanal, wir zocken wieder wieder Color View, die Modern Warfare, natürlich mit Tiger. Servus Tiger. Servus Botix. Wir sehen, jetzt zocken wir wieder auf Maus und Tastatur, natürlich Team Deathmatch, das Spiel lädt gerade und, ja. Und Tiger, ich wollte nur mal sagen, dein Skin erinnert mich an diesen, lass dich überlegen, wie heißt der? Oh, Tiger, ich habe den Namen vergessen, warte, ich muss alles tun. Du weißt, wen ich meine, oder? Ja, ich weiß, wen du meinst, aber ich weiß nicht, wie der heißt. Oh, Tiger, wie heißt der jetzt? Shit happens. Boah, der, wo von der Schlange gebissen worden ist, wo alles aushält, was weiß ich, wie der heißt. Wer heißt der jetzt nochmal? War das nicht irgendwas mit N, kann das sein? Keine Ahnung. Ich weiß es gerade echt nicht. Heck. Knei. Yard. Das sagt mir gerade gar nichts. Ja, vorher eine Runde zockt, also, und dann dachte ich auch so, hä, was ist das von der Map, dann war die Map geladen, gell, ich erste Minute drauf, denk so, ach Gott, alter, die kennst du doch eigentlich. Aber wir hatten halt den Namen ja absolut nichts gesagt. Ich gönne. Boah. Ja, moin. Also, ich kenne sie. Ich habe einen schon geschlagen, hast du einen? Einen hast du auch schlagen. Ja. Oh, das war schon wieder. Königstöter. Ich habe jetzt zwei Kissen, zweimal Königstöter. Jawohl, nächste V-Räde sind schon mal gesichert. Wie machst du das eigentlich jedes Mal? Ich krieg's, also, zeigst es dir an, oder? Ja, das zeigst du an. Ein. Ja, weil, das sind's wahrscheinlich, ich weiß nicht, je nachdem, wie viele Punkte zeigst du bei dir rechts an. Da hast du ja diese vier Dinger über deinen... Ach so, ja, das sind mehrere Punkte. Ich kann grad nicht beschauen, weil da ist... Ich kriege, der hat Brand-Position in seiner Stadt. Oh, fuck. Wurde ich von dem auch geholt, oder wie? Ja. Und das sehe ich, zum Beispiel, bei mir, zum ersten sind's drei... Ja, bring mir auf. Alter, fick dich. Ja, was heißt, was heißt? Für was steht das da? Äh, drei Kills. Okay. Drei Kills ohne zu sterben und dann, ähm, hast du es. Okay. Kurz nachladen. Fotospiele einstellen. Hattest du jetzt eingestellt? Alter! Ist klar, oder? Nachladen. Voll ins Kreuzfeuer geraten. Mies. Na, richtig, ey. Das kotzt einem irgendwo an. Ich hab die Drohne, wie aktiviert jetzt? Äh, bei dir drei. Drei? Ja, auf der Tastatur drei. 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 Müsste drei sein. Drei. Was, was? Wie heißt das? Paragraf, Paragraf, jetzt. Paragraf? Ja, okay, das war drei, ja. Paragraf ist drei. Jaja, ich hab grad oben, weißt, F3 und so hab ich grad. Ach so, nein, 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 nein. Äh, auf der normale drei. Ich hab das auch gecheckt, ja. Nachladen unbedingt. Vatix, komm mal zu mir. Äh, warte, ich sehe dich kann nicht. Der meinte, der war ja das andere los hier. Andere Richtung. Warte, warte, bei mir machen, hier hat er irgendjemand. Ja, okay, das ist ein Schwert. Shit happens. Ich hätte den sowas von hören können. Ich hätte einfach ein bisschen Geduld haben müssen. Wie sowas sei gewesen. Äh, ich hätt, ich hätt, ich hätt, ich hätt dir Vorräte gegeben. Ach so, ne, passt. Mich wunderts grad, muss ich auch nicht, dass ich eine Shotgun hab. Ich hab dir eigentlich gar nicht ausgewählt. Ich hab die Shotgun halt einfach nicht ausgewählt und du ist tot. Ähm, ich vermute mal, dass du versehentlich F drückt hast, wo du bei einer Waffe warst. Okay. Nächste Vorräte, Präzision. Oh, nein. Also warte, wenn du bei mir in der Nähe bist, dann... Komm mal her, hier, hier, doch, hier. Ja. Nimm das dann ein. Oh. Okay, der ist wegkrankt. Da hat uns nicht gecheckt. Okay, jetzt kommt sie. Nimm sie. Wie soll ich die nehmen? Mit F. Okay, für was ist das jetzt genau? Ähm, ich weiß nicht, was du gekriegt hast. Ich weiß es grad auch nicht. Äh, Kanch. Oh, ich kenne, unten war einer. Unten am Eingang war einer. Der hat mich geholt. Ähm, Kanch mit... Kann ich mit? Ähm... Ja, Digga, das kennt keiner. Mit Sex kann ich es aktivieren. Oh, Scheißdrecks. Telefon. Und dann ist es auch noch meins ober kaputt dazu, ne? Könnt ihr es halt mal nachgehen? Wieso schneid ich es kaputt um? Oh. Bzw, ich kann kurz rangehen, aber nach... Äh, 30 Sekunden telefonieren, eine Schakule. Echt jetzt? Ja. Alter, vernägt mir der Shotgun. Ich hab den. Ich hab den. Oh, ist das jetzt wieder richtig? Oh. Ah, da unten war... Und von hinten war einer. Ja, moin. Nein, alter. Äh. Ich war genau neben dir und dann... Äh. Ist der blaster Schlag immer noch? Uh, doppel Abschluss. Aber da ist einer hinter der Mauer. Ja. Nein, der hat nicht. Ja, okay. Dann kann ich nichts machen. Die waren zu drittig. Das war schon ein bisschen mies. Äh. Ja. Äh. Zwei habe ich direkt geholt, aber... Ich hab grad einen geholt wieder. Alter, wo? Ich hab irgendwie so ein Gefühl, dass ich gleich irgendwie von hinten geholt werde. Diese scheiß Camper immer. Ah, der ist hier in der Nähe. Ja, von hinten, Digga. Ich hab's gewusst. Ich hab sowas von dem Gefühl gehabt. Ach du. Ist fast doch klar. Den Totenstüller wieder aktiviert. Hab den. Habe ich. Und Zig. Nein, Alter. Ja, genau. Eigentlich schon. Ist hier bei dem gelben LKW? Hä? Ja, ich stand bei dem gelben LKW. Ja. Ja, da war ich auch. Also, ich stand bei dem Polizeiauto. Also, ich hab den letzten Kill geholt, gell. Jetzt, zack, von hinten noch. Sogar noch geholt, Alter. Also, wird zumindest gestorben, nachdem ich schon eigentlich gewonnen hab. Nice. Gut, lassen wir weiterlaufen, oder? Ja. 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 Ich will jetzt nachher bloß mal ein kurzer andere Waffe aus. Ja, er hat schon ein bisschen Zeit. Ich gucke auch gerade, was ich noch freig schaltet hab. Zwei Beinen. Zwei Beinen. Zwei Beinen. Zwei Beinen. Aber so lang. So lang. Strang ich nicht. Ich gucke mal ein Kliff. Oh, ein Kliff. Oh, ein Visier. Also, tausende von Visieren, wo es gibt. Oh, leiser. Ich frage auch nicht. Da noch ein... Was ich das jetzt... Was sagt? Fällt mir alles noch nicht so... Ich kalt einfach meine Narme nicht ein. Wie heißt der? Google ist jetzt unwitzig. ich habe ja gerade nicht mal ein bezug darauf wo der herr ist ich kenne den halt aber keine ahnung woher oh mein gott ist auch irgendein film mir liegt es auf der zunge mir fällt es nicht ein das auch hundertprozentig irgendwas mit n da bin ich mir schon ziemlich sicher wie gesagt hat meine kommentare ich habe kein bezug zu dem tipp mir liegt es halt echt das andere auf der zunge ich weiß ich kenne den typen von tausende von filmen von schlangenbissen und was weiß ich was wurde alles überlebt hat mir fällt einfach echt nicht der name ein 9 a kommen doppelabschuss alter und keine chance mehr ich beende das video nicht so leicht ist ich weiß ernsthaft jetzt ich kugel das so lange bis ich das weiß ich hätte nie mehr brauchen nicht ich freue mich auch mal durch die hast du zockt nein echt nicht doch nein ich kenne mich nicht jetzt ja klar also mir sagt ja mir sagt ja wirklich nichts der gemeinnige sagt das oder was ja die gewerfen die kanate du spinne ja wo war der hinter mir ach das steht da am fenster du so los ich will ich muss erinnern denken wie so los ich habe hier das spielkart aber ich habe hier das spiel schon aber ich komme gerade einfach nicht drauf klar weil ich die ganze überlegen wie der typen ist habe ich wo ist das büro keine ahnung ja die ich bin so los ich treffte nicht ich bin so los wo war der ja achten ja auch container alles klar ja ich kenne genau das feuer hier hast du fast in der runde schon wieder keine ahnung ein alter diese scheiß kämpfer mit ihrer sniper in den häusern haltet alle sollen sie mal sowas von verrecken und und ich kürzen ich mag noch nicht mehr Puh. Ja, Tigger. Einfach nicht geblickt. Ich hab mir das so hart auf der Zunge. Ich komm grad nicht drauf klar, dass mir das eine Ahnung von dem Typ nicht einfällt. Ja. Er steht vor mir und ich seh den nicht, Alter. Ich hab mir das Gefühl, dass hier irgendjemand gleich kommt, wo mich so tatsächlich holen wird. Guten Tag. Junge, wie schnell reagieren die? Ich brauch' erst mal fünf Jahre, bis ich den irgendwie gecheckt hab, dass der vor mir rennt. Das gibt's doch gar nicht. Das ist schon mal. Ich muss grad die ganze Zeit überlegen, wie der Typ heißt. Oh, das war gerade. Oh, nein, 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 immer von hinten. Oh, oh, Mann, Alter. Hab' ich? Äh, komm' mit. Oh, lass' so, lass' so, lass' so. Ja, Tigger, ich trin' immer falsche Knopf, ja, mein. Da ist schon mal einer. Gut. Ich hab's noch nicht so ganz mit Ducken raus. Nein, von hinten. Von hinten, ja, ich hab's gemerkt. Ich war zu langsam. Ja, okay, vor mir war auch einer, den hab' ich, hab' ich auch gemäßt hier gehabt. Ja, das hatte ich auch. Da war, sogar noch mal, da waren zwei vor uns sogar. Aber derjenige, wo uns natürlich wieder kult hat, war, kam von hinten, ne? Für, all dem ist eine Reaktion, war vielleicht anders. Ich hatte grad, wie hat der mich jetzt so schnell gewollt. Die werden nicht, oh, Junge, ich bin grad echt anders blind geworden. Das hab' ich sogar selber grad geblendet, auch dieses andere. Eigene Blendengranate oder vom Gegner? Nein, nein, vom Gegner schon. Aber das war immer übertrieben, halt, auf meinem Bildschirm. Junge, das hat ganz viel Spaß gemacht. Boah. Oh, jawohl. Zwei hab' ich. Zwei hab' ich geholt, mir den Tasterschlag. Echt? Ja, alter. Das ist schlecht. Ich hör' irgendwo, schritt ist einer hinter mir gewesen. Wo ist der? Ja, auf den Katainer. Oh, wie du von... Können wir hier einfach mal eine Map bauen, wo man alles auf dem Boden hat und dann nicht irgendwie auf Container laden kann, oder was weiß ich wo. Weißt du, Schömmo? Ich hab' den Fall, dass ich irgendwie sie gehabt und der schritt nicht. Wie? Ist das irgendwo ein Helikopter? Ja. Scharfschützen, das ist alles, gell? Nein, äh... Oh mein Gott. Generell, der Helikopter, also ich kann Scharfschützen, nicht, wie beim vorigen. Ja, okay, Niederlage, Digga, es war kein Wunder. Ja, erzähl. Ja. Einfach. Es ist genau so. Ja, Digga, mit Maschinengewehr, oder was ist das? Ja, mit Maschinengewehr und, äh, normal vom Spieler gesteuert. Okay. Ja, Digga, ist so schlecht, ja, Mann. Du hast den ersten Platz, du 31er. Aber auch bloß 18 zu 14, also es war auch nicht gerade so die beste Runde. Ja. Aber ich bin der Einzige, der mit einer Einzelkarte, alle anderen sind negativ. Verlass mal die Spielersuche. Warte, ich google den. Bin schon dabei. Ich bin schon dabei. Ähm. Oh. Ja. Oh. Von. Wie lange. Bisschen. Wo der. Junge, mir fällt es mich ein. Wenn die es meine Mutter fragt, die weiß, wer das ist. Ähm. Was kann man da eingeben? Welchen Film hat der mitgespielt? Wie heißt der Film jetzt? Oh mein Gott. Ich kenne so viele mit Film. Google mal mit. Ich habe keine Ahnung als Bezugspunkt. Der Tipp wurde von der Schlange gebissen. Der ist laut, ähm, Aussage, ähm, ähm, äh, wie heißt das, ähm, was sagt man jetzt? Und sterb mich so. Der, also ich weiß nicht, ob das jetzt bloß ein Film war oder in Real Life, auf jeden Fall wurde der von der Schlange gebissen. Und alle dachten, der wäre gestorben und dann ist der Dach am Ende wieder aufgekaucht. Aber ich glaube, das war bloß im Spiel, äh, im Film so. Ah, warte mal. Digga, mir liegt das sowas von auf der Zunge, ja? Aber ich weiß, wenn ich jetzt in Google reingehe, weiß ich nicht, was ich da machen oder was ich da eingeben soll. Ach, die wird chill kurz. Ich frage, ich komme gleich wieder. Ich frage jetzt meine Mutter. Bis gleich. Bis gleich. Ja, Digga, ich will das jetzt wissen. Oh, Mann. Ja, oh Gott. Also mit den Anhaltspumpen in Kugel findest du gar nichts. Was ist los? In einem Brauchstein, der Lidia Wartix. Was könnte man sonst noch alles machen? Ich hab's, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich weiß, wie er heißt. Okay. Chuck Nowles heißt der. Okay. Kennst du den? Ja. Gut, genau den hab ich gemeint. Die haben grad auch alle überlegen müssen. Erst kam die Information, die, die. Ich so, nein, was ist das mit dem zu tun? Dann kam auf einmal Chuck Nowles. Oh. Jetzt bin ich Treppenhoch und der Gerandis, bin ich kaputt. Also Leute, mit der, an der, Digga, mit der Stelle, Digga. An der Stelle wissen wir jetzt, wie die Person heißt. Auf jeden Fall erinnert mich seinen Charakter an Chuck Nowles. Wenn ihr's wusstet, schreibt's einfach in die Kommentare. Ich würd mich mit einem Daumen nach oben freuen. Lass mich natürlich auch ein kostenloses Abo da. Jungs, ich muss kurz durchatmen. Lass mich natürlich auch gerne kostenloses Abo da, wenn ihr neufend im Kanal seid. Um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, aktiviert gerne die Glocke. Digga ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut natürlich für seine Ansicht auf seinem Kanal vorbei. Lass natürlich auch bei ihm ein Like und ein Abo da. Das würde uns mega freuen. An der Stelle war's mit dem Video. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus. – –